Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Ich fühle mich grad nicht so danach, heute in den Gottesdienst zu gehen, meiner Familie meine Liebe zu zeigen, meine Aufgaben zu erledigen, den ersten Schritt in Richtung meines Traumes zu gehen. Findest du dich hier irgendwo wieder? Auf jede einzelne Aussage könnte ich dir heute eine Bibelstelle nennen, die dir und auch mir zeigt, wie wichtig es ist, es dennoch zu tun, obwohl wir uns nicht so fühlen. Ich fühle mich grad nicht danach, in den Gottesdienst zu gehen. Hebräer 10, 25 versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Ich fühle mich grad nicht danach, meiner Familie meine Liebe zu zeigen. Markus 12, 30, 31 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich fühle mich grad nicht so danach, meine Aufgaben zu erledigen. Sprüche 12, 24 Wer hart arbeitet, hat Erfolg und kommt nach oben. Der Faule dagegen muss als Sklave dienen. Ich fühle mich grad nicht so danach, den ersten Schritt in Richtung meines Traumes zu gehen. Sprüche 4, 25 und 26 Verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Überleg sorgfältig, was du tun willst und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Siehst du, wie gefährlich unsere eigenen Gefühle sein können? Der so bekannte Vers aus den Sprüchen wird uns heute helfen. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Achten bedeutet, seine Aufmerksamkeit auf etwas richten. Beeinflussen bedeutet, auf etwas Einfluss ausüben. Vorsicht! Wenn du also nicht deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Gedanken und Gefühle richtest, werden sie deine heutigen Entscheidungen, gar dein ganzes Leben, nicht nur ein wenig, sondern komplett beeinflussen. Deswegen beeinflusse du deine Gedanken und Gefühle, bevor sie dich beeinflussen. Wie das, indem du negative Gedanken aktiv stoppst und dich nicht weiter in ihnen verlierst. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gedanken und Gefühle und nimm ihnen die Macht, einen negativen Einfluss auf dein Leben auszuüben. Und dein dich liebender Vater hilft dir gerne dabei. Auch darum darfst du ihn bitten. Danke für dich! Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen, Menschen, die von ihren persönlichen Storys mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.